Ja, können Sie dann uns einmal ein kleines Beispiel für den Frieger, das muss ja nicht so lange dauern. Also lasst uns einfach mal einwirken, dass man auch diese Stilheit einmal... Freund, nicht jeder hat hier so seine Bereiche, ich muss hier... Also lasst uns einfach mal einwirken, denn dass man auch mal weiß, wovon man... Das ist übrigens eine Eigenart, dieser Stilart Frieger, man weiß nie, ist es schon dran. Ihr wartet ja alle von gleich mit. Das ist ja so, was haben wir noch nicht gesehen. Bitte. Das ist ja so, was ich. Von Kleinknecht, Dankeschön! Aus! Ja, sehr schön! Von Kleinknecht! Aus! Das ist ja so, was habe ich überhaupt noch nicht... Moment! Platz! Sie sind jetzt nicht sofort hierhin, Frau Kleinknecht, ich möchte das nicht hören, ich kann hier nicht mehr hören! Und das ist ja so, was habe ich überhaupt noch nicht... Fräulein Angelika Kleinknecht! Applaus Vielen Dank.